Guten Tag, dieses Video zeigt, wie Sie ein Wiki benutzen. Ein Wiki ist eine Sammlung von untereinander verlinkten Seiten. In einem gemeinsamen Wiki darf jeder alle Seiten ansehen und bearbeiten. Bei einem persönlichen Wiki hat jeder seine eigenen Seiten, die nur er sehen und bearbeiten kann. Im Verlauf werden alle Versionen eines Wikis gespeichert. Es ist nachvollziehbar, wer wann was im Wiki geändert hat. Frühere Versionen einer Seite können wiederhergestellt werden. Ein Wiki ansehen. Wenn Sie ein Wiki auf der Kursseite anklicken, gelangen Sie auf die Wiki-Ansichtsseite. Diese enthält mehrere Reiter. Anzeigen. Diese Sicht zeigt die aktuelle Wiki-Seite. Bearbeiten. Diese Sicht schaltet die aktuelle Wiki-Seite in den Bearbeitungsmodus, sodass Sie den Inhalt der Seite hinzufügen, ändern oder löschen können. Kommentare. Hier können Sie Kommentare zur aktuellen Wiki-Seite ansehen und hinzufügen. Versionen. Diese Ansicht zeigt die verschiedenen Versionen der aktuellen Wiki-Seite an. Versionsnummer, Autor, Datum der letzten Änderung. Spezialseiten. Hier stehen Ihnen verschiedene spezielle Seiten zur Verfügung, zum Beispiel eine Seitenliste, unverlinkte Seiten oder aktualisierte Seiten. Dateien. Hier können Sie dem Wiki hinzugefügte Dateien ansehen. Oben rechts können Sie das Wiki durchsuchen. Eine neue Wiki-Seite anlegen. Jede weitere Seite im Wiki wird dadurch angelegt, dass Sie auf einer bestehenden Seite einen Link zur neuen, zur erstellenden Seite hinterlegen. Klicken Sie das Wiki auf der Kursseite an. Navigieren Sie im Wiki zu der Seite, auf der Sie einen Link zu einer neuen Seite anlegen möchten. Nutzen Sie dazu zum Beispiel die Spezialseite Seitenliste. Klicken Sie auf den Reiter Bearbeiten der vorhandenen Wiki-Seite. Tragen Sie den Titel der neuen Seite an der gewünschten Stelle der vorhandenen Seite ein und schließen Sie den Titel in doppelte, eckige Klammern ein, zum Beispiel Technik. Klicken Sie auf den Button Speichern. Klicken Sie den Link zu der neuen Wiki-Seite auf der Ansichtsseite einer bestehenden Wiki-Seite an. Der rote Link signalisiert, dass die Seite noch keinen Inhalt hat. Klicken Sie auf den Reiter Bearbeiten. Erstellen Sie im oberen Textbereich den Inhalt der neuen Wiki-Seite. Klicken Sie abschließend auf den Button Speichern. Ein hilfreicher Hinweis. Wenn Sie links im Navigationsblock den Link neu benutzen, um eine neue Wiki-Seite anzulegen, müssen Sie den Titel kopieren, in die vorige Seite einfügen und in doppelte, eckige Klammern einschließen. Dadurch wird ein Link zu Ihrer neuen Seite erstellt und macht Sie von der vorigen Seite aus zugänglich. Ansonsten kann die neue, sogenannte unverlinkte Seite nicht besucht werden. Eine Wiki-Seite bearbeiten Navigieren Sie im Wiki zu der Seite, die Sie bearbeiten möchten. Nutzen Sie dazu zum Beispiel die Spezialseite Seitenliste. Klicken Sie auf den Reiter Bearbeiten und nehmen Sie Ihre Änderungen am Inhalt der Seite vor. Sie können nicht nur Text, sondern auch Bilder, Töne, Emoticons oder Videos hinzufügen. Klicken Sie abschließend auf den Button Speichern. Beachten Sie, dass Ihnen im Navigationsblock ebenfalls die Links zu Anzeigen, Bearbeiten, Kommentare, Versionen, Spezialseiten und Dateien zur Verfügung stehen. Einen Kommentar schreiben. Navigieren Sie im Wiki zu der Seite, die Sie kommentieren möchten. Nutzen Sie dazu zum Beispiel die Spezialseite Seitenliste. Klicken Sie auf den Reiter Kommentare dieser Wiki-Seite. Klicken Sie auf den Link Kommentar hinzufügen. Schreiben Sie Ihren Kommentar und klicken Sie abschließend auf den Button Änderungen speichern. Sie können Ihre Kommentare im Nachhinein ändern oder löschen. Um einen Kommentar zu ändern, klicken Sie im Kommentare-Bereich auf das Bearbeiten-Icon und nehmen Ihre Änderungen vor. Klicken Sie abschließend auf den Button Änderungen speichern. Um einen Kommentar zu löschen, klicken Sie im Kommentare-Bereich auf das Löschen-Icon und bestätigen Sie durch Klicken auf Ja. Versionierung von Wiki-Seiten Navigieren Sie im Wiki zu der Seite, von der Sie die Versionshistorie sehen möchten. Nutzen Sie dazu zum Beispiel die Spezialseite Seitenliste. Klicken Sie auf den Reiter Versionen. Es öffnet sich eine Übersicht über alle bisherigen Versionen der Wiki-Seite mit Autor und Änderungsdatum. Wenn Sie zwei Versionen vergleichen möchten, markieren Sie diese beiden Versionen in der Spalte Unterschiede und klicken Sie auf den Button Ausgewählte Versionen vergleichen. Die beiden Versionen werden angezeigt und die Unterschiede farblich hervorgehoben. Das Versionsmenü unter den Versionen ermöglicht das schnelle Wechseln der Version für den Vergleich. Spezialseiten im Wiki Klicken Sie auf den Reiter Spezialseiten. Wählen Sie die gewünschte Spezialseite aus dem Auswahlmenü Spezialmenü aus. Folgende Spezialseiten stehen zur Verfügung. Mitwirkung zeigt eine Liste der Seiten, an denen Sie mitgewirkt haben, geschrieben, geändert, neu erstellt. Links Diese Seite zeigt, welche Wiki-Seiten auf die aktuelle Wiki-Seite verlinken und zu welchen Wiki-Seiten die aktuelle Wiki-Seite verlinkt. Unverlinkte Seiten Zeigt eine Liste der Wiki-Seiten, die nirgends verlinkt sind. Seitenindex Zeigt die hierarchische Struktur des Wikis, ausgehend von der aktuellen Wiki-Seite. Seitenliste Zeigt eine alphabetisch sortierte Liste aller Wiki-Seiten. Aktualisierte Seiten Zeigt eine Liste der zuletzt geänderten Wiki-Seiten. Die freie, kollaborative Natur von Wikis erlaubt einen sehr einfachen und kreativen Einsatz in so ziemlich jeder Kursumgebung. Fast jeder beliebige Gruppenprozess kann durch ein Wiki unterstützt und sogar vereinfacht werden. Viel Spaß mit Wikis!